Im ersten Teil haben wir uns mit der Frage beschäftigt, warum Forschungsergebnisse für Praktika nützlich sind. Wir hatten verschiedene Vorurteile gesehen, die man gegenüber Forschungsergebnissen und Wissenschaft haben kann. Wir wollen uns jetzt zwei gängigen Argumenten im Detail nähern. Erstens, Forschungsergebnisse gelten als schwer zu finden. Man verbindet damit häufig einen Bibliotheksbesuch, den man vielleicht noch aus seinem Studium her kennt, mit ungewissem Ausgang. Zweitens, wenn man etwas gefunden hat, ist es vielleicht schwer, die Inhalte tatsächlich zu verstehen. Wenn wir uns zunächst dem ersten Thema zu. Wissenschaftliche Forschungsergebnisse gelten als schwer zugänglich. Dies gilt heute in Zeiten des Internets nicht mehr. Man kann sich relativ einfach wissenschaftlicher Suchmaschinen wie beispielsweise Google Scholar bedienen. Wir greifen zurück auf das Beispiel der zusammengesetzten Teams und hier insbesondere die Frage, ist Geschlechterdiversität vorteilhaft für die Zusammensetzung von Teams. Im ersten Schritt müssen Sie den richtigen Suchbegriff finden. Es geht uns hier um Team und Diversity. Deshalb Team Diversity. Sie finden eine Vielzahl von unterschiedlichen Artikeln von wissenschaftlichen Quellen, die sich mit diesem Thema auseinandergesetzt haben. Zweitens ist es wichtig, einen sogenannten Ankerartikel zu finden. Also einen Artikel, der wirklich zentral ist für die Themenstellung. In diesem Beispiel deutet der Begriff Meta-Analyse auf einen solchen Artikel hin. Meta-Analysen sind Zusammenfassungen empirischer Forschungsergebnisse, die von unterschiedlichen Forschern vorangebracht wurden, zu einer Themenstellung. Da der hier vorgefundene Artikel aus dem Jahr 2007 ist, mag es Ihnen zunächst als veraltet erscheinen. Hier nutzt eine weitere Suchfunktion, das ist der dritte Schritt, die zeitliche Vorwärtssuche. Hier kann man sich die Zitationspraxis in der Wissenschaft zu nutzen machen. Durch Zitiert durch erscheinen alle Artikel, die nach 2007 erschienen sind und auf den Ursprungsartikel Bezug nehmen. Schauen wir weiter. In dieser Liste der nun erscheinenden Artikel finden wir wieder eine Meta-Analyse, in diesem Fall von Susann Bell und Kollegen aus dem Jahr 2011. Wenn Sie auf diesen Artikel draufklicken, öffnet sich automatisch ein PDF-Format mit dem Originalartikel. Das heißt, diese Quelle ist als Volltext im Internet für jeden zugänglich hinterlegt. Sie haben gesehen, das Vorurteil, wissenschaftliche Forschungsergebnisse sind schwer zu finden, lässt sich in vielen Fällen sehr, sehr leicht widerlegen. Was früher ein Bibliotheksbesuch mit ungewissem Ausgang war, ist heute mit relativ wenigen Klicks vom heimischen Schreibtisch aus möglich. Finden heißt noch nicht verstehen. Wenden wir uns nur dem zweiten Thema zu. Wissenschaftliche Artikel gelten als schwer verständlich. Was man sich hier zunutze machen kann, ist, dass wissenschaftliche Artikel einem weitgehend homogenen Grundaufbau folgen. Es bedarf etwas Übung, aber nach einigen Versuchen werden Sie relativ schnell herausgefunden haben, was für Sie wichtig ist. Der Praktiker sollte sich auf drei Aspekte konzentrieren. Erstens das Abstract. Es handelt sich da um eine relativ kurze Beschreibung, was überhaupt untersucht wird und zu welchen grundsätzlichen Ergebnissen man kommt. Das sollte innerhalb von zwei Minuten möglich sein zu lesen und damit ist eine Bewertung möglich, ob Sie überhaupt auf dem richtigen Pfad sind. Zweitens die Bewertung der Methodik. Mit welchen Instrumenten sind die Forscher zu dem Ergebnis gekommen, das später präsentiert wird. Im Beispiel eben war es eine Meta-Analyse, das heißt eine Zusammenfassung aller vorhandenen empirischen Forschungsergebnisse. Der dritte Schritt ist dann der Blick auf die tatsächlichen Ergebnisse. Die sind meist zusammengefasst im Herzstück der Untersuchung in einer oder in zwei Tabellen. Sie sehen daran, wenn Sie sich auf diese wesentliche Aspekte konzentrieren, sind Sie nicht frustriert, weil Sie nach zwei oder drei Seiten das Gefühl haben, dass Sie von der wissenschaftlichen Sprache irritiert werden. Schauen wir jetzt noch etwas detaillierter in die Ergebnisdarstellung hinein und gehen wieder zurück auf den eben schon gefundenen Artikel von Susanne Bell. Dort ist das Ergebnis in einer Tabelle zusammengefasst. Wenn Sie dort drauf schauen, werden Sie feststellen, dass Sie erst mal verwirrt sind von griechischen Buchstaben und einer Vielzahl von Zahlen. Auch hier ist es wieder nicht ganz einfach, aber es ist vermutlich leichter, als Sie im Moment denken, weil im Kern kommt es nur auf eine Zahl an, die Sie zunächst interessiert, nämlich den Zusammenhang von Geschlechterunterschiedlichkeit und Teamerfolg, das heißt der Zahl minus 0,06, die angibt, dass dort eine ganz schwache negative Korrelation zwischen diesen beiden Variablen herrscht. Im Ergebnis haben Sie gesehen, dass mit relativ wenig Aufwand Forschungsergebnisse zu finden sind und mit Auffrischung des Methoden und empirischen statistischen Wissens auch eine Interpretation dieser Ergebnisse möglich ist. Vielen Dank. Vielen Dank.